Willkommen zu einer neuen Folge Hiflacht 2. Wir sind ja hier ein Haus drin stehen geblieben. Die Jäger haben uns versucht zu töten. Diese zwei sind noch dabei. Und ja, ich werde die aber zuerst töten. Ich glaube, ich benutze mal hier diese Granatwerfer. Ich glaube, die sind effektiver. Rausgesetzt, die sind nicht so nah dran. Was soll ich machen? Ich werde umzingelt. Stirb! Ja, ich sah keinen anderen Ausweg. Das heißt, ja. So, komm, zeig dich. Oh. Ah, ist nur eine Granate? Wirkt schon. Zeig dich. Ah. Jo. Das sind nur die Leute da draußen. Ein bisschen stören könnten. Äh, hier auf dem Dach. Ich sehe ihn nichtmals. Scheiß, Kämpfer. Was ist Zwergi? Was ist unser Zwergi? Ah, der ist noch drin. Das ist gut. Ist er in der Luft hängen geblieben? So, Zwergi, du wartest auf uns hier. Und wir machen hier eben Stromlösen hier. Und so. Ah, da ist nicht der Ausgang. Obwohl, das war der Ausgang. Und irgendwie genau. Versuchen wir die Stromversorgung für dieses Kraftfeld. Da führt ein Kabel so hin. Da führt ein Kabel so hin. Führt irgendwie hier hoch. Hat das einen Zusammenhang? Ich glaube nicht, ne? Aber ich würde da hin. Das ist irgendwie alles gesichert. Ah, dann gibt es Granaten. Warum gibt es denn woher hier Granaten? Bestimmt kann man irgendwie... Obwohl, ich glaube nicht. Doch. Aber bringt nicht viel. Ich muss mal gucken. Einmal außenrum? Ne. Man muss irgendwie irgendwo Granaten reinwerfen. Man kann hier Granaten reinwerfen. Die dann irgendwo hinfliegen. Man kann, wie es aussieht, hier so durch Granaten werfen. Man kann vielleicht gegen diese Konsole Granaten werfen. Nein. So, da ist der Kern. Muss euch bitte schon Granaten werfen. Hat er irgendwie... Muss er doch einen Sinn ergeben. Warum bin ich jetzt einfach zu... Äh, doof. Ich glaube, ich bin einfach nur doof. Da durch kann ich nicht... Doch, da kann ich einfach durchwerfen. Ich kann die erste Granate so werfen. Ah, scheiße. Da muss ich die Granate irgendwie hier reinwerfen. Dass ich die erste Granate so werfe. Die zweite so, da wird die zweite reingeschossen. So. So ungefähr. Das war verkackt. Ja. Ich bin einfach nur zu dumm. Das könnte auch sein. Da kann man doch noch draußen irgendwie was machen. Aber man kann da nicht hinten durch oder so. Nicht wirklich so dumm. Das scheint das nur so. Das sind nur Waffen. Da ist der Kern. Der Kern muss ich irgendwie kaputt machen. Die Tür muss vorher auf. Vielleicht tut der Alex irgendwie die Tür aufmachen. Weil es irgendwie verpackt ist. Und die ist nicht mitbekommen. Wo ist der denn überhaupt? Er hat sich unnötig in die Länge zieht. Ich glaube, die ist mir bis zu dahin gefolgt. Hallo, bin ich blind? Hallo, Alex. Da. Kommst du mit? Können wir? Ja, ich warte schon die ganze Zeit. Somme Kuh. Weh, du traust dich da nicht runterzuspringen. Äh. Achso, du nimmst den Weg über den Keller. Okay. Ich kann warten. Gut. Ja, rückwärtslaufen ist auch schön, ne? Ja, definitiv. Hätte ich einen Trigger ausführen müssen. Ich bin ein Trigger ausführen müssen. Ah, das ist der Englisch. Da sind auch noch Geschütze drin. Dafür waren die Granaten. Ist der doch! Bist du dumm oder so? Da ist die Stromquelle für den Schild. Da ist mir aufgefallen. Und sie haben es auch schön gesichert. Vielleicht kann ich die Schilde deaktivieren, um dich näher an den Reaktor zu lassen. Bitte sehr, danke sehr. Okay, ich kann sie von hier öffnen, aber ich werde nicht mit dir reingehen können. Warum? Naja, das ist nur Ausreden. Ja. Und tschüss. Ja. So, ich schätze mal. Ich muss hier irgendwo hoch. Ui, ui, ui. Passiert, wenn ich genau auf das Ding verfalle. Aha, ich kann ja drauflaufen. Ich glaube, in Wirklichkeit wäre das bisschen Schmerzen. Jetzt habe ich... Oh. Bitte. Jetzt wirklich. Passiert werde ich versucht, das da rein zu halten. Oh. So. Gut so. Wurde das Kraftfeld deaktiviert? Nein, wurde es nicht. Ich tue da so. Hoffen wir das, dass die letzten Combine bis White Forest waren. Kaffeln wir mal und wir gehen mal nach Hause. Wie siehst du denn aus? Gut. Puff. Ach ne. Upsala. Alex. Oh. Die macht ja sogar einen Jump. Hätte ich von ihr nicht gedacht. Aber was macht sie jetzt? Hallo? Äh. Ja. Ähm. Ja. Schaffst du das da drüber zu klettern? Schaffst du das? Nein? Und zu unfähig? Komm, hier einmal außenraum. Ist kürzer als durch das Haus. Danke. Gut. Gucken, wie sähe es denn da aus, wenn wir weiterfahren. Oh. Die Straßen sehen nicht so schön aus. Straßenverhältnisse hier. Naja. Wird man sagen, wir fahren dann mit Zwergi weiter. Der ist schon die ganze Zeit hier gewartet. Und ja, aber. Er ist in der nächsten Folge. Ne, Alex? Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.